Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit defensiv sehr gut gearbeitet, wir haben Römer gut zugestellt. Was uns da gewählt hat, war, wenn wir den Ball erkämpft haben, dass wir mehr Ruhe haben, dass wir mehr nach vorne gekriegt haben. Das haben wir versucht, in der Pause anzusprechen. Die zweite Halbzeit haben wir dann gleich mit einem Fehlpass mit dem Gegner das Tor eingeleitet. Ich denke, es war unnötig und da hätten wir auch konzentrierter sein müssen. Wir haben dann noch versucht, ich glaube, es war dann relativ ausgeglichen, nach oben zu kommen. Wir hätten eventuell sogar Enfmeter bekommen müssen. Ich weiss nicht, warum die Schiedsrichter hier in Afrika mit dem Bauer, weil er ist ja da, dass man ihn eigentlich kontaktieren kann. Und ich weiss nicht, ob er Bescheid bekommen hat, aber nicht mal von Anschein macht. Weil in der Box drin ist es eigentlich normal, wenn da was passiert, dass man das anschaut und dementsprechend dann klärt. Und ich glaube, das hat man gar nicht gemacht und das versteht. Ich denke, wir haben gut in der ersten Halbzeit gespielt, besonders in der Defensive, in der Defensive und in der Defensive. Und wir closed all die rooms und Spaces in der ersten Halbzeit. Was wir missen, war, dass wir viel calm, wenn wir die Ball haben, und viel mehr in der Offensive haben. Also, ich habe mit meinem Team in der Kabin. Unfortunately, wir hatten ein Ziel sehr early, in der zweiten Halbzeit, durch ein Misspass von uns, ein Misspass von uns. Und ich denke, es war nicht notwendig, zu machen, dass es so ein Misspass zu machen. Nach diesem Ziel, das Spiel war equal zwischen beiden Teams. Ich denke, wir haben ein Penalty gemacht. Ich denke, wir haben ein Penalty gemacht. Ich weiß nicht, warum die Referee in Afrika nicht contacten die Bar. Es ist eine Bar. Und sie nicht contacten die Bar in solchen Situationen. Das war sehr obvious für mich. Und ich denke, es ist sehr wichtig für die Referee zu contacten die Bar. Es ist ein Problem, dass es etwas passiert in der Box. Aber er hat sich nicht gemacht. Und wir haben uns wieder wieder verloren. Danke, Coach. Wir nehmen einige Fragen. Okay, das war. Okay, das war. Wir haben eine sehr gute Arbeit in der Stuttgart. Wir haben alle den Schrauben. Wir haben keine Probleme gemacht. Wir haben keine Probleme gemacht. Wir haben eine kleine Ausfläche in der Stuttgart. Ja. Bei Afrika ist es nicht so, wie geht es? Warum gehen wir auf den Bars? Warum gehen wir auf die Bars? Warum gehen wir auf die Bars? Die Bars hat den Bars sehr sicher. Bis wir haben die Barsche, aber wir haben die Barsche. Das ist die Barsche, die ich mit Afrika gehen und so sehen sie auf den Bars. Das ist die Barsche, die wir sehen. Do you have any takers for the first question? Can you have the microphone at the front, please? Coach, Katleho from The Citizen. As much as you're not happy with the refereeing, but how do you look at the second leg? I mean, is it still in the balance with 1-0? How confident are you of overturning this narrow lead? Can you see the second leg? Can you see the next leg? Yes, we have the chance to play. Yes, it's clear that we have the chance to play. We have all of that to do. It's important that we can play in Cairo. Wir werden uns vorbereiten, es ist ja nicht viel Zeit, es geht dazwischen. Es ist wichtig, natürlich auch Regeneration, aber dann fürs Rückspielen. Wir sind gut besetzt und die Fans werden uns platzkräftig unterstützen. Ich denke, natürlich haben wir die Chance. Wir werden alles für unsere Chance in Kairo spielen. Ich bin sicher, dass wir in Kairo spielen werden. Ich weiß, dass es nur zwei Tage zwischen beiden Spielen gibt. Aber wir werden unser Bestes machen. Wir werden sicher, dass unsere Fans in der Stadion werden, und sie werden uns in Kairo unterstützen. Wir werden unsCIale machen und machen alles für die neue Sachen, wie die Dinge verscheintert und zu dem Betriebe. Wir haben unser Bestes gemacht, doch alle Meister. Wir haben viele Klinge ging aus dem Mottchen im Mottchen. Wir werden noch überでき�er Lebensgerät durch den Mottchen kommen. Wir werden an die da umge schnellen bei dem Mottchen gehen. Wir werden nichtecken aus dem Mottchen kommen. Wir werden uns im Mottchen gemeinsam machen, Ich bin sicher, dass wir die Stade im Ende des Spiels und wir haben uns sehr geholfen, die wir in der Kahrirah und wir werden uns sehr gut unterhalten, die wir in der Kahrirah und ich werde mich nicht mehr mit dem Ende des Spiels. Coach, die Verwanderung auf den Nürnberg heute kam, der Kick-Off. Coach, das ist dein 3. Spiel gegen Sundowns und du hast noch einen gewonnen. Was macht ihr das so schwer für dich, um eine bessere Anstrengung zu bekommen. Ich bin natürlich auch immer nah dran, um Titel zu gewinnen und es ist eine Top-Mannschaft und dementsprechend wollen wir versuchen uns zu qualifizieren im Heimspiel, im Karin und im ersten Offenblick. Das ist eine sehr einfache Antwort, weil Sundowns ist ein sehr guter Team. Sundowns ist ein sehr guter Team, ein sehr guter Team, sie spielen am Top-Level. Sie sind immer sehr nah an den Titeln zu bekommen, so Sundowns ist ein guter Team, aber wir wollen unser Bestes in Kairo in den Spiel zu qualifizieren. Ich nehme die letzte Frage. Ich gehe den letzten Satz für den Coach da. Eine Frage nach unten. Mit der Frage ist, was macht Alain so eine schwierige Team in Cairo zu brechen? Denn wenn die Team losst, ist nicht etwas dramatisch, aber sie finden immer eine Chance, um zurückzukommen. Ich bin schon klar, wenn man zu starten zu Hause, dann wird die Verlierenden auswärts. Aber Alain ist immer sehr stark zu Hause, und das macht es aber schwierig zu Hause. Ich glaube, das ist für jede Mannschaft, die zu Hause spielt. Sie sagen ganz ehrlich auch, dass man sich dann auch zu Hause fühlt. Dementsprechend noch mehr, was sich raus holt. Die Fans sind hinter einem, sie unterstützen einen, und das gibt durch zusätzliche Power, dass man sich noch mehr auswärts bekommt. Jeder Team, die zu Hause spielt, ist stärker. Sie fühlen sich zu Hause, und deswegen können Sie mehr machen. Sie haben mehr Power, speziell mit den Fans zu Hause. Sie unterstützen Sie, Sie geben Sie die Power, um mehr zu machen. Das ist genau wie die Sunderhose in Hause ist auch ein großer Team. So, um, every, um, big team, um, um, is always tough and strong. Vielen Dank. Vielen Dank, Coach. I will show you the best to come. Vielen Dank.